Hallo und willkommen zurück zu Risen 3 Titan Lords. Wir sind immer noch auf der Totenkopfinsel und jagen über fressende Ghule. Reichlich kampfunfähig mit so einem vollen Bauch, oder? Ja, weil wir müssen nämlich genug Fleisch finden für die Experimente von dem anderen. Da gab es doch gerade noch irgendwas. Ein Fechtschwert, das haben wir ja auch schon. Ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich die Ohren in Tote spiele. Ob ich die Klinge nicht doch tauschen soll, die Azurklinge gegen das andere Ding. Aber irgendwie fühle ich mich mit der so wohl. Das ist so ein treuer Begleiter und das macht aber auch genug Schaden. Ich meine, ich selbst nehme ja fast keinen Schaden mehr. Eigentlich ist das echt egal. Chuk, chuk, chuk. So, das waren jetzt noch zwei. Fehlt noch einer und da ist er. Äh, Waffe 10 vielleicht. Okay. Chuk. Man kann natürlich auch nicht gewinnen, wenn man nicht die Waffe zieht. So, Schattenfleisch haben wir jetzt genug. Aber wenn wir jetzt schon mal hier rumrennen, dann kann man sich auch ein bisschen, ein bisschen noch umschauen. Was es hier sonst noch so gibt. Da unten ist noch eine Truhe, aber eine blaue. Warum auch immer die blau ist. Jetzt nicht. Ja, ich, wenn ich angegriffen werde, witzig. Wo und wo denn? Da, ein Skelett. Ich war doch weit genug weg. Das hätte bei uns doch auch mal alleine machen können. Nicht? Bei uns hast du Angst alleine. Jetzt interessiert es mich ja doch mal, warum diese Truhe blau ist. Aber vielleicht ist da ja ein plausiblen Grund vorher, dass nur was Blaues drin ist. Oder dass wir sie mit dem Magie-Spruch aufbekommen hätten vielleicht. Keine Ahnung. Marki, Wasser, Papage im Flug. Naja, gut. So, hier können wir dann nachher runter segeln so. Wenn wir dann auf diesem Weg wieder zurück wollen. Also direkt ins Magierdorf wollen. Oh. Da gibt es hier einen Muschel und eine Silbergaraffe. Wein. Gibt es hier noch Waffen? Waffen werden uns ja nach wie vor nicht angezeigt. Was ich auch nach wie vor ein bisschen doof finde. So, den Balken können wir natürlich nicht hoch. Aber vielleicht können wir ihn hoch und ich kann es nicht. Aber da oben ist eh nichts mehr. Okay, dann sind wir hier auf der Ebene, wenn ich das richtig sehe, auch fertig. Jetzt können wir hier gucken, wo noch eine Ebene oben drüber irgendwie. Das machen wir lieber von da hinten. Dann müssen wir da noch ein Klingelnblatt. Sehr schön. Für entsprechende Tränke. So ein Vogel, den wir vertreiben. So, und jetzt kann man... Wo sind wir denn? Da unten lang, da hinten lang? Da hoch können wir... Erstmal hier hinten lang. Okay, hier geht es wieder runter. Okay, hier waren wir offensichtlich auch noch nicht. Sonst hätten wir hier keine Skelette zum Töten. Also, die letzten Schatten auf dem Weg zu Nekulod. Dass wir hier nochmal ein bisschen... Ja, ein bisschen Ruhm bekommen. Uns noch ein bisschen verbessern. Vielleicht noch ein paar Sachen finden, aber... So verwinkelt, wie das hier ist, übersehe ich wahrscheinlich sogar so wieder die Hälfte. So, machen wir an der Stelle mal wieder speichern. Hm. So, dann gibt es hier hinten, so wie das aussieht, auch nicht mehr wirklich viel. Nö? Nö. Also, können wir jetzt hier die Treppe mal hoch. So einen schönen gepflegten Rundgang übers Gelände. Wer greift hier an Scherken und Skelette? Also, ein Scherke sogar nur. Dafür einer, der Magie beherrscht. Aber das interessiert mich nicht. Nö. Der kann können, was er kann. Sterben muss er trotzdem. So. Ob ich es bei uns hier mal um die Ecke kommt, habe ich schon wieder alles vernichtet. Äh. Ja, okay. Lagerfeuer, wenn wir jetzt eh schon mal da sind. Aber eigentlich wollte ich... So, die Scherken geben ja eh nichts. Vergesst das ja gerne mal. Läuft hier oben noch. Ein schwarzer Ghoul. Der auch sterben möchte. So, der gibt aber in der Regel was. Wow. Na, komm her. Ein Höllenhund. Okay, ich höre Bones zumindest schon mal im Hintergrund wieder. Wo ist hier der Ghoul abgeblieben? Ah, da ist schwarzer Ghoul. Was liegt da noch Magisches? Jetzt nicht. Skelett, okay. Oh. Oh, ein Schattenwichter. Das ist doch nochmal eine Nummer anspruchsvoller. Die haben ja stellenweise echt mehr in sich als sogar die Schattenlorde. Das ist nach wie vor ziemlich amazing. Ähm. Darf ich den wuten? Ja. Sehr schön. Die geben einem sogar auch so ein Herz. So, von da unten kam ich. Hier unten gibt es nichts mehr. Da müsste man dann hier oben lang. Das machen wir dann gleich. Woher? Ich würde sagen, wir fangen mal. Von. Wie ist man denn jetzt gelaufen? Die sind hier unten lang und dann hier irgendwie hochgekommen. Versuchen mal von links nach rechts, was ist denn hier noch schönes. Ganz viel Lava. Ah, okay. Das ist in die Richtung. Und die wollte ich jetzt erstmal nicht. Ich wollte jetzt erstmal alles in die Richtung abgrasen eigentlich. Weil da geht es ja dann irgendwo nicht weiter. Also wir sind da hoch. Dann geht es hier nochmal hoch. Ähm. Da hinten geht es auch nochmal hoch. Aber hier scheint auch nicht mehr viel zu sein. Ja, da ist nochmal. Ich dachte, ich wäre schon wieder in die falsche Richtung gelaufen, wo wir schon waren. Aber hier waren wir offensichtlich noch nicht. Gut gemacht. Mhm. Auf uns so anzugreifen. Was wollt ihr denn das? Habt ihr sonst auch fast nie gemacht. So. Und jetzt. Hier noch irgendwo was. Nur Ruinen. Keine versteckten Gegenstände außer dem Hammer. Ja, so wie es aussieht, gibt es hier nicht mehr viel. Hier noch. Was ist das? Eisenerz. Was hier einfach so an der Wand hängt. Na gut. Beschwer mich nicht. Jetzt könnte man da oben noch irgendwie hin. Wenn ich denn mal sehen würde, wie man da hochkommt. Hier drüber vielleicht. Wenn man da hinten irgendwo hochkommt. Okay, hier waren wir auch noch nicht offensichtlich. Und dann sollten wir uns also... Bald dann auch mal wirklich um die Sachen kümmern, die wir eigentlich machen müssen. Ich verfiesel mich schon wieder so ein bisschen. Zum Beispiel das Fleisch abgeben. Und diese anderen Lager überprüfen. Markiere ich dann aber auch mal auf der Karte. So. Wollen wir dann wieder ewig falsch laufen. So. Immer diese Kurzsequenzen. Schattenwaffen. Ja, die geben mir nur diese blöden Schattenwaffen. Wenn die Waffen vom Feind wollen, was wir vorhin angesprochen haben, dann gebe ich denen Waffen vom Feind. Ich habe davon Dutzende. So. Da hinten gab es doch aber auch noch was, wo ich noch nicht war. Hier so. Hier geht es zumindest mal hoch. Nochmal eine Ebene. Hier noch irgendwo was. Wieder eine Schmiede haben wir. Hat sich hier mit Hammern verteidigt, oder was? Wow. Wow, ey. Wenigstens halten wir langsam echt was aus. Oh, ein Teleportstein. Okay, dann gibt es hier hinten vielleicht auch mal noch einen Teleporter. Geld. Okay, Gold. 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 Die haben halt ein bisschen Geld verloren, ne? Ah, nein, nicht drin. Sondern hier. Die Schädelblüte. Gibt es auf der anderen Seite noch irgendwas? Gibt es auch noch... Ach, hier geht es dann den Weg entlang, okay. Okay, was haben wir denn hier noch Schönes? Hier eine Menge Dunkeltürer hier hinten noch. Im Eck verschanzt. Na, kommt. Ihr wollt doch gar nicht leben. Ihr lebt doch eigentlich gar nicht. Ihr seid doch eh schon tot. Also diese Selbstheilung in Kombination mit Bones sorgt wirklich dafür, dass wir fast keinen Proviant und nichts mehr brauchen. Das ist schon echt cool. So. Was sind wir denn jetzt hier? Ah, nee, ich wollte bei der Seekarte bleiben. Ah, okay. Wir kommen dann hier quasi auf die andere Seite noch. Gar nicht so dumm. Wir könnten ja mal im Logbuch trotzdem hier das mit den Waffenlagern aktivieren. Wie, der ist hier. Ist aber der Auftraggeber, ne? Da ist hier ein Lager. Hier. Und da hinten. Also man könnte quasi hier so außenrum gehen, hier hoch. Und dann jetzt hier erst mal bleiben, hier hinten, ne? Dunkeltürer. Ist ja so nicht verkehrt. Da liegt doch auch noch irgendwas. Handspiegel, okay. Kommen wir dann jetzt hier langsam immer höher. Ich würde sagen, das ist ziemlich öde hier. Wo bleiben denn die ersten Gegner? Felsspinnen. Also spätestens hier hätte man doch jetzt mal wirklich, wirklich irgendwie schwerere Gegner bringen können, oder? Von mir aus auch, wenn sie nichts Neues programmieren wollen, harte Felsspinnen, die irgendwie mehr aushalten oder sowas. Steinfelsspinnen. Keine Ahnung. Da gibt es doch bestimmt irgendwelche Variationsmöglichkeiten, die nicht so viel Programmierarbeit machen. Aber mehr EP bringen und einfach schwieriger zu besiegen sind. Nicht? Doch. Ist sicher. Hier nochmal ein Klingenblatt. Jetzt in Klingenblättern mache ich ja diese Tränke für Nahkampf, ne? Mal schauen, wie viel ich davon habe, ob ich da überhaupt noch einen Trank draus machen muss. Wenn wir mal wieder in der Stadt sind, da gucke ich mal. Oh, Gold. Eisenerz. Hier die Menge Kram, den ich nicht brauche. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Na? Ach, da unten. Da kommt auch noch eins her. Also ich sehe schon, wir werden die ganze Insel noch kahl räumen, wenn ich so weitermache. So, das war's. Oh, da fällt man auch tief. Das macht ja auch Spaß, das Erkunden. Das ist so schön, jetzt nochmal eine neue Insel zu haben, so kurz vorm Ende irgendwie. Habe ich gar nicht dran gedacht, dass die ja auch noch kommt. Da sehe ich schon wieder ein Spinneli. Spinnen, spinnen. Togotes, spinnen, spinnen. Genau. Scheiß Spinnen. So, und dann nehmen wir den Nächsten. Können gar nicht gucken, so schnell sterben sie. Da geht's dann hoch wahrscheinlich. Ich hab eigentlich irgendwie erwartet, dass hier noch irgendwo ein Teleporter kommt. Ist recht, nachdem wir einen gefunden haben, einen Teleportstein mal nicht. So viel Kram zum Verkaufen. Ich verkaufe's ja doch nicht. Ich brauch's auch gar nicht. Irgendwie. Irgendwie nicht, ne? Gibt's hier hinten noch irgendwo lang? Ne, ne? Doch. Was sind wir denn jetzt hier? Ach ne, das ist nur hier. Das endet dann hier auch. Hätte ja sein können, dass es hier noch irgendwas Cooles zu entdecken gibt. Okidoki, dann geht's jetzt mal hier hoch. Weil, wie gesagt, einen Teleportstein seh ich hier immer noch nicht, aber vielleicht... ...seh ich ihn auch. So wie's aussieht nicht, ne? Gut. Dann mal weiter im Takt. Hier, die Steintrippe hoch. An so hochgelegenen Orten komm ich mir manchmal vor wie ein Vogel. So richtig mit Schnabel und Federklein. Dreh mir bloß nicht durch. Hm. Ne, das sollte er nicht. Ich brauch den doch jetzt noch. Da ist ein Teleporter. Sehr schön. Das ist cool. Dass wir hier nochmal hin müssen. Ich glaub's zwar nicht, aber... Und dieser Ghoul hat mich mal ausnahmsweise nicht erschreckt. Haha. Ich lerne es noch auf meine alten Tage. Na komm. Erledigt. Schattenrufe. Wo ist der Ghoul? Da ist jedenfalls noch eine Beere und da liegt, glaub ich, irgendwas. Genau. Und jetzt können wir hier Teleporter... Geht doch. Und auch wieder ohne Musik, um die Düsternis zu teleprieren. Da brauchen wir auch die Sequenz hier nicht. Berserker Pass, okay. Ja, da könnte man dann wieder runter entsprechend. Brauchen wir jetzt aber hier nicht. Warum denn eigentlich Berserker Pass? Da oben noch nichts mehr. Hm, hm, hm. Dann mal über den Pass. Natürlich auch von Scherken blockiert wird. Oh, das seh ich ja gar nicht ein. Also... Zuck. 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 Da hab ich einen kurzen Moment gedacht, das Spiel hängt. Es leckt momentan wieder ein bisschen. Ich konvertier natürlich wieder im Hintergrund. Ja, ich kann's nicht lassen, mehrere Sachen zeitgleich zu machen an dem PC. Aber eigentlich kriegt er das auch immer ganz gut hin. Das dauert dann jetzt nur zwei Sekunden, weil das gleich fertig ist. Und dann... Was haben wir denn hier? Ist das... Das ist Zarrarias. Hey, Kumpel. Bei der Heiligen Flamme. Wie hast du es geschafft, hierher zu kommen? Es war ein langer Weg. In der Tat. Gut, dich hier zu sehen. Auch in eigenem Interesse. Ja, du hingst ein bisschen durch. Ich danke dir. Ohne dich würde ich immer noch in Necrolots Folterzange stecken. Wie soll es nun weitergehen, mein Junge? Ich werde Necrolot erledigen. Ende der Geschichte. Könnte es wirklich so einfach sein? Vielleicht. Necrolot ist ein Titanenlord. Das heißt, dass er ein äußerst mächtiges Wesen ist. Doch ist seine Macht nicht unbegrenzt. Sein Wunderpunkt ist seine Überheblichkeit. Nutze das zu deinem Vorteil. Das werde ich. Ich werde nun gehen und meinen Männern beistehen. Meine besten Wünsche sind mit dir, mein Junge. Befreie die Menschheit von dem Übel, das die Erde hervorgebracht hat. Dankeschön. Ja, also wenn Sararias hier noch rumhängt, dann hängen die anderen wahrscheinlich auch hier noch rum. Müssen wir uns doch noch ein bisschen genauer umschauen auf der Insel. Dass wir die vielleicht zuerst befreit bekommen. Das ist jetzt mal ein Zufall, wenn ich das jetzt nicht hier oben nicht so faulheitsmäßig... Also er ist nicht faulheitsmäßig, neugiermäßig langgelaufen, ne? Hätte ich den gar nicht gesehen. Krass. Wow, was eine Aussicht. Hm. Na ja, gut. Das heißt, wir müssen die Augen offen halten nach... Nach, ähm, Shanti und, ähm, Eltric. Wenn wir denen noch ein bisschen helfen können. Vielleicht kriegen wir noch irgendwo einen Tipp, wo die alle sind. So, auch noch ein Vieh weniger. Genau. Äh. Ich will hier immer so viel einsammeln, aber die bringen ja nur Schrott. Schrott, Schrott, Schrott. Schattenwaffen, ja. Jetzt auch schon 10.000 von. So, noch ein Scherkel. Ja. Da frage ich mich, wo die anderen sind. Vielleicht wirklich in jede Himmelsrichtung einer. Und in der Mitte finden wir dann den... ...Nekrolot. Und... Wo haben wir da noch? Hier in Scherke. Was für Probleme ich damit in Kalador hatte. Ey, es ist unglaublich. Wie sich das so entwickelt, ne? Also... Ich finde das ja extremst toll. So. Jetzt hier mal wieder ein bisschen umgucken. So, nicht wieder alles komplett übersehen. Dann geht's auch auf die Zinnen hoch. Das erinnert von der Aufmachung her, finde ich schon so an Kalador hinten, die... ...diese Strecke da, wo... ...auch ganz viele Türme waren und so. Und hier gibt's nochmal einen Schattenwächter. Aber die machen mir schon verdammt Angst, die Dinger. Auch wenn's mittlerweile auch... ...mal geht's mit der Härtesteigerung und allem... ...machen die... ...nicht mehr so viel aus wie früher noch. Aber die machen... ...vergleichsweise immer noch krass viel Schaden. Also... ...so im Vergleich zu allen anderen Scherken und Kram. So. Geht's jetzt hier nirgendwo mehr weiter? Ach was, nee. Hier doch bestimmt. Ah ja. Ah, da oben dann runter, ne? Über diesen Burg... ...Turm. Mit noch nem süßen kleinen... ...Lava-Golem. Wow. Da nerven ja fast die Höllenhunde ein bisschen. Oh, und wo bist du denn? Ach, da unten. Kannst du schon gleich gegen den... ...Lava-Golem. Komm, mich helft der. Oder auch nicht. Ich lenke ihn ein bisschen ab. Von du aus zu. Genau. Über die Zange. Immer wechselnd. Ich und du. Aha. So. Ja, ja. Aber jetzt lass mich doch hier erstmal ein bisschen looten. Himmel, bevor wir weiter, gleich weiterkämpfen. Was ist hier hinten noch? In der Schmiede haben wir uns Spitzhacke, was wir eh schon genug haben. Gott sei Dank kann man hier unendlich viel tragen, ne? Burg und ein Meisel. Ratten gibt's hier. Äh, Ratten. Ach so, ich dachte zwei Schläge lang. Offensichtlich nun nicht. So, dann mal hier noch ein, zwei da runter. Warte, da war noch irgendwas. Goldklee, genau. Okay. Ah, und da hast du schon noch eine Ratte tot gemacht bei uns. Sehr brav. So muss das laufen. Jetzt können wir uns hier schnell und gewandt umgucken. Lärft noch eine kleine Ratte rum. Ja, ja. Ja, ja. Gut, aber ich sehe, die Zeit ist auch schon wieder fast um. Wir werden dann in der nächsten Folge auch gucken, sie werden die was mit den Waffenlagern machen. Hier uns langsam runterkämpfen und hoffentlich dann auch Eldrick und ich glaube, Shanti hieß sie, finden. Die Voodoo-Priesterin. Und natürlich auf dem Weg dort unten sehe ich noch ein paar Riesenratten töten. Und natürlich das Fleisch abgeben. Also wir haben viel zu tun. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Ich bin es auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns dann. Macht's gut. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.